Es ist ein bisschen Leistung passiert. Im letzten Stream, also bei Rainbow, war ja eher bedingt Leistung zu sehen. Ich hoffe, jetzt machst du es gleich. Aber Leistung in Kilowatt oder? In Kilomy. In Watt oder? Drei Punkte und vier Spielen. Das ist machbar, würde ich sagen. Außer wenn Pasti nicht so spät wie gerade bei Rainbow dann natürlich nicht. Komm, lass doch nicht, Pasti. Würdest du darüber lachen, wenn ich dich Pascal nenne? Nein, die Presse. Haben wir Spaß? Oder, 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 aber Spaß. Unerwarteter Fehler. Oh, dann... So, muss ich mal abrechnen, ne? Ja, gut, ja. Ach so, ihr wollt ohne den Dachdecker spielen. Nee, ohne Dachdecker mach ich gar nichts mehr. Nee, ohne Dach, ohne wie. Ohne Dachdecker brauch ich kein Haus. Grau gegen White. Magst du eigentlich pinkt nicht so gerne? Ja, ich pinkt nicht so gerne. Danke, Raph. Ach, deshalb will Raph wahrscheinlich den Trikotwechsel machen, ne? Damit... Damit man nicht mehr nur in der Zeit in der Zeit. Ja, damit man auch andere Farben sieht. Ja, in der nächsten Runde spielen wir den Lachs, glaubt mir. Oh, Raph, spiel doch ab, mein Gott, ey. Ja, warte, ähm. Der musste erst noch in seine Eierkiste da greifen. Ich hab kaum. Raph, ist eigentlich fett? Pummel, Raph. Was? Ja. Der Passgrad von ihm war ungefähr... Nein, ich hab ja drei, Raph. War ungefähr dein Niveau eben bei Rainbow. Da kannst du mich jetzt aber auch dran aufteilen, ne? Ist ja Wahnsinn. Hauptsache, Hauptsache, dir geht's gut. Hauptsache, Alessio geht's gut. Das stimmt. Den kleinen Racker. Ja, macht aber, yo. Raph Dinger, das ist ja schön. Das sind aber auch Vorlagen gerade für mich, ne? Wenn die so solche Fehler machen. Oder so ein Fehler. Oder so ein Fehler. Ja, gut. Wie gesagt, die sind wirklich auf deinem Rainbow-Niveau. Das hat's, glaub ich, erst mal kein Problem. Ging. Egal, ey. Bitte mir jetzt den ganzen Tag damit aufs Ei, oder was. Schießen Sie! Ah, ey! 11 Meter. Der kommt nicht zum Ball. Ob du hier bist und nicht. Ja, Alter! 2! Der die Serie aufgebaut hat. 2! Ich hab'n gutes Gefühl. Ich hab'n gutes Gefühl. Aber Pasti, du weißt, warum ich das mache, ne? Du hast immer die besten Leistungen gezeigt, wenn ich dir hart aufs All gegangen bin. Ja, ja. Ja, ja. Das ist doch wirklich so, das war bei Rainbow aber auch immer so. Also, das macht mir natürlich auch schon Spaß, aber da ist natürlich ein Hintergedanke dazwischen. Ich kann mich auch an einer Rainbow-Sache erinnern, ich weiß nicht, ob es die auf Video gibt, also auf Aufnahme, da hatte ich irgendwie ne richtig schlechte Rang-Runde, so 0-4 oder so. Und dann hat mich, Erik oder du hat mich richtig getriggert und dann hab' ich auf jeden Fall in der ersten Runde viel Secret-Great, das war so mit Ansage, das weiß ich. Ja, das war so. Das kann ich mir sogar gut vorstellen, ja, das war, glaub' ich, öfter mal so. Achso, nicht, dass du öfter Scheiße gespielt hast, aber, äh, wenn du mal Scheiße gespielt hast und dann haben wir das ja mal gemacht, das hat auch, glaub' ich, meistens geklappt. War ganz echt eng, voll nett von mir, ne? Wobei, das darf ich eigentlich nicht machen, weil jetzt wirst du wieder zu selbstgefällig. Muss ich, äh, ne, ne. Muss ich muss es sein. Ich such' mir das ja auch nicht aus, ne? Achso, ja, da sehe ich nicht. Ein guter Anführer muss, ein guter Anführer muss auch manchmal, äh, sich unbeliebt machen. Das ist für ein Bike. Jo. Jetzt. Hast du mich lange gebraucht, um, äh, anzulaufen, ne? Bevor ich den X gedrückt hatte. Jo. Sorry. Hat der Ball passiert mir, hat ein, äh, ein Bein gegeben, ne? Ist natürlich... Ey, ich werde hier aber auch fertig gemacht, hier gerade von den Typen. Das ist unfassbar. Ah, steckt zu nah. Ist so ein bisschen steiler, kommst du, Spitzach. 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 Wieso bin ich ein Bleistift? Stumpf? Wird es mich spitzen, oder? Spitzach. Pitzach. Sieht ein bisschen Vogelwelt aus, was die Typen dann machen, ne? Oh, patienten, komm! Ja, der kommt, wenn ich die Städte schaffe! Hey du, der macht die Reinhold rein! Der Eisgeist muss vorne zocken. Ich sag's dir. Wir sollten vor Kiefer demnächst öfter Rainbow zocken. Damit Pass die Scheiße ist. Dann kann ich ihm ein bisschen triezen und dann macht der Kopf... Da macht der die Kopfschöne. Heißt das, ich bin immer scheiße, wenn wir Rainbow spielen? Nein. Das klang so. Eventuell, ja. Das war, glaub ich, der Aufstieg, ne? Die waren aber auch richtig, wie ich die Typen. Auf nie mehr! Oh, ich hab eigentlich gar keinen Bock auf die Vierte Liga. Das sind so wieder alle... So wieder alle so scheiße. Aber ich kann auch Titelmeister holen. 3 Spiele? Da seh ich uns. 3 Spiele, 3 Punkte? Seh ich aus. 3 Hornetsch. Wer wäre das nicht? Wer wäre das nicht? Wer wäre das nicht? Wer wäre das nicht? Das ist nicht? Er ist nicht das nicht. Raff! Der muss gleich eine R aufnen. Ja, ist auch so geil. Das ist auch so planlos. Kann ich jetzt starten, Raph, bist du da? Jo. Schön. Daniel. Der ist richtig scheiße. Das glaube ich wie. Wah. Jetzt ist es ja. Ich hab nichts für. Boah, jetzt spielen wir hell, ey. Egal. Ich bin einfach hell. Gehen orange oder so. Boah, der Rotz ist aus 40 Meter in den Winkel, ey. Jetzt ist er gehypt. Ja, wo sie? Mein Job ist erfüllt, weil ich so ein Job ist erfüllt. Jetzt kann ich mich auf. Machen wir jetzt eigentlich Trick uns? Und das Dachdecken konzentrieren. Wie machen wir jetzt Trick was? Ach so, für in real life meinst du? Ja, für in real life. Ja. Stimmt irgendwann, ja. Voll geil. Ich möchte mich Mono nehmen. Ja, ja, das ist auch rüde, ich hab's auch gesehen. Hab ich eh nicht gesehen. Brüde. Geh so hin? Ja. Und go. Ich bin halt der Dachdecker nicht, der Abdecker. Nee, Abdecker, keine Ahnung. Ablachser. Ablachser. Freistoß war gut. Oh, so wollte ich mich, ich wollte dann nochmal in die Lücke rein und dann flach ablegen. Das ist dick ein bisschen falsch gehaugelt. Wie gesagt, konnte. Oh, nein. Unnötiger Ball. Oh, ein unnötiger Schuss. So ungefähr ist er auch eben daneben geendet. Wie geil war ich, ich krieg's aber in die Nachricht, bist du, Alter. Bist du ein Bot. Ich fand's ja auch, ich fand, eigentlich fand ich das auch witzig, aber im Nachhinein nicht so. Was? Oh. 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 Schön mit dem Flugkopfball. Ah, fuck, krieg ich nicht geklärt. Ah, laufen wir zwei hintereinander, ist ja unfair. Da, Ruhe erstmal reinbringen. Ah, Ruhe. Oh, dann kriegt der den an. Ja, der hat sich mal kurz seinen Genick rausgerenkt. Ich bitte dich, was wie soll das denn aus? Ah, die Mütte, ich hab' ja gewartet, ja. Ich schreckte seinen Fuß da noch. Ah, fuck. Macht ja auch nicht. Ich bin ein bisschen creepy, hab's das Gefühl. Probier's, Lukas, ich weiß es aber nicht. Ah, jetzt. Oh, nee, nee, ich probier's gar nicht. Watt ab. Oh. Raps. 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 Ah man oh na oh Oh. Oh. Na. Oh. Oh. Na. Reiß doch einfach gegen die Chancen zu kommen. Ja. 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 Ich bin da. Ja. Niel. Stark. Ja, schön. Stark. Boabadoo. Boabadoo. Scherber. Ähm, immer bin ich der Einzige, der vom Tor verkackt. Ah, warst du die gar nicht abgebrockt oder war das der Torwart? Das war der Torwart. Das wäre der Torwart gewesen, dann habe ich schon so gesehen. okay okay aber klar wow gar nicht oh nicht der uns klappt das natürlich nicht die 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 Tschüss. Tschüss. Ja, was denn? Wir rollen den Außenverteidiger Nee, das war Mittelfeld Da Ich bin nicht so verletzt Du bist immer viel zu entspannt Boah Nach vorn, also im Wachen zwar Mittelfeld ganz gute Arbeit, aber nach vorne ist es auch einfach wieder nur so schnell wie möglich den Y-Pass spielen Oh Stuck Fue eine Fosche Wie geht das? Erklär mir das. Oh mein Gott. Oh Gott, nicht. Der sollte eigentlich zu deinem Pro gehen, die war auch eigentlich gar nicht so schlecht dafür. Sein Pro hätte da auch wirklich noch gebrannt haben können bei der Flanke. Aber ist ja reingegangen. Ah, der Kopf war schon allererste seine Passi. Ich glaube, ich habe zu lange nichts mehr über deine Rainbow Skills gesagt. Ich mag einfach auch, also diese komischen Flanken, diese hohen, diese nur angetippten, hohen, die sind total scheiße. Wenn die mit Zug kommen, dann sind die Kopfballer auch besser. Jetzt suchst du nur irgendwie Ausrede, dass du den Kopfballer nehmen willst. Ja, nein, ich möchte das auch mal jetzt klipp und klar klar hier klarstellen. Ja, was denn? Die Flanke muss ankommen. Danach liegt es an der Qualität des Spiels. Ja, ja. Nein, ich habe doch nicht dich kritisiert, sondern dass die Flanken einfach scheiße sind. Also vom Spiel konzipiert. Ja, aber Raph hat die Flanke ja geschlagen, also sonst ist Raph scheiße. Nein. Oh, Raph, ich finde ich immer scheiße. Was nachher ist besonders? Oh, Mann! Ich habe doch gar nichts gedrückt! Boah, ey, die Bots sind doch wirklich monströs von denen. Du hast das halt nicht so mit Bots, ne? Oh, ich bin selber einer. Das ist scheiß Foul, aber. Oh, Siri! Oh, Siri! Oh, das ist total f***. Oh, ich habe mich. Boah. Oh! Nein. Das ist größte Stimmungs. Um rechts haben die immer eine dicke Lücke. Ich kann ja mit B nicht da hinspielen. Kann ja mit X. Das heißt, er wird wahrscheinlich auf dich kommen direkt. Nee, oder auf Pro. Auch im Spiel. Oh! 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 Oh, was war das für eine Ballamnabe. Fuck, hätte ich gestern lassen! Ich kann nur für uns spielen, also, äh. Ah, Raft, du bist zweit gelaufen, sorry. Ah. Schalli. Ist so ein fetter, den muss man auch mal decken, der hier. Unten. War so klar, ne? Habt ihr schon im Anfang so gesehen, so fuck. Ist ja mal lange nicht mehr passiert. Nein. 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 Oben. Er hat, glaub ich, geluft, ein bisschen. Ja, sah lüppig aus. Oh, was für eine Ballannahme. Ja, nice. Die waren unangenehm. War es okay, dass wir auch nicht hier gespielt haben. Ja, die waren echt unangenehm. Aber dass spielerisch nach vorne war, war nichts bei denen eigentlich. War üblich. Ne. Das ist noch voll drin. Alles ist noch möglich. Das ist noch voll drin. Das ist noch voll drin. Okay, wir machen mal ein kleines Spiel. Wer hat folgendes gesagt? Ich werde hart an mir arbeiten, dann habe ich es ganz allein in der Hand, ob ich einer der besten Innenverteidiger der Welt werde oder nicht. Boateng? Süle. Richtig. Oh, Gott. Stuck.